Simplon Stomp P-Max E14 SP. Es wird in Österreich gebaut, unsere Nachbarn, und von einem einzigen Mann oder Frau wird das zusammengebaut. Das heißt, eine einzige Person baut das von oben bis unten zusammen. Rahmen ist Carbon? Ist Carbon, genau. Wir sind zusammen mit Majid Park von Switchbike Bornemann. Nächstes Jahr 100 Jahre alt, hier in Gießen. Ihr habt über 1000 Fahrräder da. Und dieses Modell, das raubt mir den Atem, denn sie haben es geschafft, einen Gates-Carbon-Riemen in Verbindung mit einem Fully zu realisieren. Das heißt, ein Fully ohne Kettenschaltung. Mit welcher Schaltung? Was ist da drin? Holo 414, die elektronische 14-Gang mit 560% Übersetzung. Das führt dann dazu, dass ich die maximale Freiheit habe, die sehr wartungsarm ist. Ich brauche den Riemen nicht zu fetten und nicht zu pflegen. Und ich habe natürlich jetzt auch den Riemenspanner. Dadurch, dass es ein Fully ist, der Riemen ist dann immer gespannt, während es einfedert. Das war gar nicht so easy, denn der Riemen ist nämlich eigentlich bisher nur möglich gewesen bei Hardtails oder bei normalen Fahrrädern. Das ist die Spannung einmal hinten, damit er nicht abfällt. Genau. Und zusätzlich hast du die Spannung hier. Wenn du mal gerade diesen Riemen in die Hand nimmst und mal so ein bisschen reibst dran, was wäre jetzt bei einer Kette? Ich hätte dann fettige Finger, aber ich habe es ja schon vorhin gemacht. Oder schwarze Finger, wenn Sie... Oder schwarze Finger, aber hier ist immer sauber. Und das ist jetzt nicht, weil es neu ist. In zehn Jahren sieht es genauso aus. So, wenn da... Muss man das pflegen. Also wenn ich jetzt in den Sand fahre, das ist ja formschlüssig, kann es sein, dass ich Sandkörner hier reinkriege. Dann einmal abpusten, dann geht es. Oder halt natürlich einfach ein Tuch nehmen, wenn ich jetzt über Matsch gefahren bin, einmal alles sauber machen. Oder einfach eine Gartenschlauchung, dann ist es wieder tiptop sauber. Die... Ich sag mal, dieser Riemen ist nicht billig. Der kostet, glaube ich, 300 Euro? Um die 300 Euro mittlerweile, ja. So ist es. Aber der hält 10.000, 20.000 Kilometer, je nachdem. 10.000 bis 15.000 Kilometer, sagte der Hersteller. Ich habe aber Kunden gehabt, die jetzt 15.000 Kilometer damit hatten. Und es gibt ja so einen Riemenspanner, den legt man drauf und guckt, ob das richtig ist. Und den halte ich jetzt gehabt. Und das ist tiptop. So, da ist ein fetter Motor drin. Was ist hier drin? Der Bosch CX, 85 Newtonmeter. Der hat ordentlich Power. Kommt ja demnächst ein neuer, hast du mir erzählt. CX. Ja, es kommt ein CX-R. Aber der wird limitiert sein. Und den wird man nicht bei jedem Hersteller und jedem Modell sehen. So, und das Ganze hier ist ein richtiges Getriebe, was drin ist. Wir gehen mal auf die andere Seite. Ich komme mal gerade rum. Du bleibst da oder so. Du kannst auch da. Ja, beziehungsweise du kommst auf meine Seite. Hi. Das Ganze ist eine Rohloff E14. Das bedeutet... 14 Gänge. Elektronisch. Elektronisch. Aber wenn wir das gleich runternehmen, zeige ich es. Das habe ich mal in den anderen Videos gezeigt. Das schaltet ihr auch selbst runter, zum Beispiel an der Ampel. Das ist halt sehr, sehr, sehr schön. Es ist vollkommen wartungsarm. Also im Vergleich zu einer, ich sage mal, Shimano Deore, die ja bei solchen brachialen Leistungen immer Probleme macht, weil eben die Leute oft im falschen Gang anfahren. Deswegen die Kette längen, die Ritzel kaputt machen. Das ist kein normales Phänomen. Das passiert andauernd. Das passiert leider andauernd. Und das ist halt der Vorteil von der Rohloff. Ja, die Rohloff kann auch 85 Nm. Die kann sogar noch mehr. Die kann sogar mehr. Die ist auch manchmal mit Spitzing... Ne, Spitzing hat das nicht. Aber es gab TQ-Motoren mit Rohloff-Kombination. Die kann, glaube ich, bis 112 Nm oder 120 Nm freigegeben. Kann man die eigentlich nachholsten, die Rohloff? Die Rohloff? Schwierig. Man muss halt gucken, wie dein Rahmen ist und wie deine Felge. Aber muss man halt gucken. Und ob halt eine Rohloff-Nabe lieferbar ist. Weil die haben jetzt auch Lieferschwierigkeiten. Ca. 140 Zulieferer liefern ja ihre Ware nach Kassel, damit diese Nabel zusammengebaut wird. Und ich habe, glaube ich, so eine Rohloff-Schaltung auch offen. Gib mir mal eine Sekunde. So, ich zeige mal in der Zeit hier, was steht denn drauf. Der Rolex steht drauf. Warte mal. Speedhub 514 steht drauf. Wir werden auch gleich sehen, hier vorne ist ein großes Display drauf. Ein Neon-Display ist drauf von Bosch. Wir holen gleich mal das Fahrrad runter, dann schalten wir es mal ein. Das Fahrrad kostet 10.999 Euro. Also 11.000 Euro. Und heißt Simplon Stomp P-Max E14. 36er Fox Kashima beschichtet. Und natürlich ein ebenbürtiger Dämpfer drin. Rockshox Deluxe. So, jetzt habe ich das mal übermoderiert. Da ist der liebe Majid. Was ist das? Das ist die Rohloff-Nabe. So sieht es von innen aus. Halt mal still. Die funktioniert noch? Die funktioniert nicht mehr. Die würde jetzt mit Wasser schneiden. Ein Wasserdruck. Halt mal still. Ich kann mal gucken. Aber du kannst ja nichts mehr drehen. Die ist fest, oder? Die ist fest. Die ist jetzt fest. Warte mal. Das ist ja geil. Warte mal. Das ist die gleiche. Boah, ist die schwer. Die wiegt ein bisschen was, oder? Die wiegt ein bisschen was. Aber das ist auch ein richtiges Getriebe. Und das ist halt auch voll in dem Öl drin. Was ich dann jedes Jahr wechseln muss. Da ist ja die Schraube, wo ich dann auftrege. Ach so, Ölwechsel beim Getriebe. Wie beim normalen Getriebe auch. Genau. Einfach hier die Schraube wechseln. Und dann ziehe ich es. So lasse ich es mal abholen. Halt mal still. Warte mal. Das mal einmal zeigen. Also wenn du es mal gerade von der Seite zeigst, Hand wegnimmst. Also das ist das Ritzel für den Zahnriemen. Und dann... Oder Ketten. Also hier ist es jetzt für die Kette. Das geht auch. Genau. Ich habe ja hier für Riemen sieht es ein bisschen so aus. Das ist ja formschlüssig. Und das ist für eine Kette. Okay, verstanden. So, das heißt ein richtiges Getriebe, das ist Hightech. Wenn die schaltet, das kann auch im Stand geschehen? Das kann auch im Stand geschehen. Das muss man an der Simulation sehen. Genau, wenn du es mal gerade hinstellst, stell es mal hin. Da kann ich es etwas besser filmen, dass ich mal näher rangehen kann für die Leute des Standbildes. Also wirklich, die reicht auch für ein Fahrradleben nicht aus. Man kann damit auch 100.000 Kilometer fahren, die ist unzerstörbar. Und deswegen ist die Narbe auch so nachhaltig. Theoretisch kann man die abbauen. In verschiedenen Riedern benutzen. Der Rahmen geht eher kaputt als in der Narbe. Aber die ist halt super, super, super nachhaltig. So, und das heißt, du hast die bekommen von Rohloff zum Zeigen? Genau. Von Simplon. Von Rohloff haben wir das bekommen für den Simplon Store, damit die Leute sehen, was alles in so einer Rohloff-Narbe drin ist. Und warum die auch fast 2.000 Euro kostet. Allein die Narbe kostet 2.000 Euro. Da ist, ich sag mal, das Laufrad noch nicht mit drin. Da ist das Laufrad noch nicht drin, genau. Das gibt es ja auch in verschiedenen Größen, in verschiedenen Arten und Weisen. Und dann auch mit verschiedenen Achsen. Das gab es ja früher mit Schnellspannern, dann Achse. Wenn man auf der Rohloff-Webseite sieht, gibt es da, glaube ich, mittlerweile 30, 40 Versionen mit Riemen, ohne Riemen. Aber Rohloff ist halt nach wie vor ein richtiges Getriebe mit 14 Gängen. So, Stomp P-Max. Ja. Dann 36er Feder, also ein sehr leichtes Rad. Es geht hier Richtung Tourenfolie, ein leichtes Trailbike. Das ist quasi der kleine Bruder von dem Repcon, den wir mal gezeigt haben. Und Fox Cachema. Ich kann den ja auch so konfigurieren, wie ich will. Hier haben wir es jetzt mit Fox konfigurieren. Und ich kann dieses Fully auch mit Schutzblech-Gerpäckträger haben. Haben wir auch da. Ist oben im Lager. Aber machen wir nächstes Mal, wenn du da bist. Schutzblech-Gerpäckträger, Rohloff und Riemen. Das geht auch. Ich kann das Fahrrad auch mit Kettenschaltung haben. Das ist halt das Schöne. Aber ihr könnt die bei Simplon momentan nicht konfigurieren, weil da ein Bestellstopp ist. Wir haben richtig viele davon bestellt. Einfach anrufen, vorbeikommen oder auch für die nächste Lieferung reservieren. So, Bremse. Ich gucke mal kurz drauf. Da ist entweder SLX oder SLX. Je nachdem, was lieferbar ist oder auch eine Code. Bei den Bremsen, sagen wir einfach hochwertige Bremsen, lassen wir die Firma Simplon einfach frei, was sie verbaut. Range Extender habt ihr ab Werk mitbestellt. Genau, der kostet halt nur 110 und wir lassen es halt direkt vom Werk montieren. Dann ist es halt sauberer. Die Batterie ist aber hier drunter. Genau, 600 Watt schon habe ich da. Und ich kann auch ein 500er drauf machen. Und ich kann nächstes Jahr auch ein 800er drauf machen. So, Rorsch Performance X holst du mal runter. Ist das schon Bess? Nein, 600 Watt schon. 600 Watt schon. So, die haben sich speziell dafür entschieden, weil das Thema Lieferbarkeit ganz wichtig war. Das ist ganz wichtig. Also wenn du einen neuen Rahmen hast in der Fahrradbranche, dann musst du das mal entwickeln. Das dauert ja mehrere Monate. Dann musst du halt die Modellen jetzt aus Carbon auch entwickeln, wo die Carbon Layer da reingelegt werden und in den Autoglaven ausgetrocknet werden. Dann, wenn ich alles habe, dann muss es produziert werden. Das heißt, wenn jetzt Firma Bosch von der Seite kommt und sagt, hier, ich habe einen neuen Akku, der ist länger. Da brauchen die Hersteller mittlerweile zwei Jahre, bis das Produkt auf den Markt so richtig kommt. Das soll ja funktionieren. Und deswegen macht es ja keinen Sinn, dass viele Hersteller haben sich ja dagegen entschieden, zu Recht, weil 600 reicht für viele auch aus. Und ich habe hier den Range Extender. Also dieses Modell wird es weiterhin so geben. Und vor allem, das Best-3 ist ja eigentlich auch nur ein Marketing-Trick. Der Motor hat sich ja nicht verändert. Nur die Stecker. Und die Stecker brauchen die Leute gar nicht nur bei uns in die Werkstatt. Marketing-Trick ist jetzt, sagen wir mal so, es hat sich doch was geändert in der Ansteuerung. So ist es. Aber der Motor ist von den Leistungsdaten vollkommen gleich. Und die Ansteuerung brauchen ja die Leute auch nicht. Wenn du mal gerade anmachst, machen wir an, bitte. Das ist den meisten Leuten eigentlich egal. So, jetzt spannend ist, dass die Lupine, die vorne drauf ist, war mal ein Autoscheinwerfer früher. Genau. Ja, aber ohne Witz. Guck mal hier, wie die hier hell macht da hinten. Wenn du mal gerade ein bisschen bewegst. Haben auch die Fernlicht-Funktionen, warte mal. Machen wir Fernlicht. Ist das krank. Guck mal da rechts. Seht ihr das? Ja, der ist jetzt gerade noch nicht eingestellt, der Scheinwerfer. Wenn du mal gerade so liebest, das mal oben machst an die Decke, da kann man es besser sehen. Ja, die Leute sind, glaube ich, jetzt. Machen wir Fernlicht. Das ist Fernlicht. Krass. Krass, also der Scheinwerfer bitte genau einstellen, weil der hat so viel Power. Das ist ja auch emergent. Also er hat richtig, richtig Power. So, das ist ein Display, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist es überhaupt lieferbar? Nein, das war auch so eine Sache von Firma Bosch. Die haben es vorgestellt und da haben sie es selbst von der Produktpalette so quasi langsam und heimlich rausgenommen, weil da ist auch ein Chip drin und durch die Chippen abhalten ist es nicht lieferbar. Es ist natürlich definitiv ein sehr, sehr schönes Display. Kann aber jetzt nicht viel mehr als das Kiox. Wir würden uns freuen, wenn die lieferbar wären, aber Bosch hat die auch limitiert. Sag mal, was er so kann. Du kannst in verschiedenen Stufen, Modi sind dann die zurückgelegte Strecke, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, wie hoch du bist und da hast du auch Navi direkt hier drin. Kannst du im Handy dann eingeben, da und da will ich hin und dann kannst du quasi schon durch. Du hast Fitnessprogramm, wenn du willst, App-Anbindung und das hat auch ein eigenes WLAN-System, das lädt deine Daten in die Cloud hoch, hat alles, aber halt auch nicht in den Mengen lieferbar. Ist auf jeden Fall mit drin. Ist auch limitiert. Eine gewisse Stückzahl kann Bosch pro Zeit produzieren, mehr ist nicht machbar. Ich fasse mal zusammen. Laufhaltgröße 27,5? 27, nein, hier sagen wir 29er. 29er? Und wir können auch mal 27,5 haben. Also 29er wäre jetzt meins, weil ich tatsächlich festgestellt habe, 27,5 ist mir die Kurbel zu tief. Das ist ein Problem und deswegen sollte man Rahmengrößen und Laufhaltgrößen gut sich anschauen. Genau, Probefahren, das muss man auch gucken. Jemand, der jetzt 1,90 ist oder 1,85 wie du, da macht 27,5 jetzt auf gerade Strecke, fast gar keinen Sinn mehr. War aber früher, war das State of the Art. Genau. Damals, vor sechs Jahren. So, Fully, dann Carbon-Rahmen, dann in Österreich zusammengebaut. Der Preis setzt sich ja zusammen aus diesen hochwertigen Komponenten. Wollen wir mal zeigen, wie der schaltet. Kann man eigentlich den Gang sehen hier im Display eigentlich auch? Den Schaltgang? Lass den Gang auch im Display sehen. Das ist ja die Besonderheit von der Rolof E14, ist mit dem Bosch System Cordable. Ich kann auch alles auf einmal schalten, ne? Für jemand, der alles auf einmal hochschalten will. Warte, ich zeige mal gerade das Geräusch. Oder ich halte mal gerade das Mikro dran, bitte. Krass, also der schaltet voll elektronisch rauf und runter. Ich kann noch eins hochschalten. Da ist ja gar nichts zu sehen. Genial ist, der hat eine Automatik an der Ampel, schaltet automatisch runter. Genau, also wenn ich fahre und im vierzehnten Gang bin, dann fährt er automatisch runter. Im zweiten oder dritten Gang und dann. So, sollte jetzt nach einer Zeit, oder? Jetzt macht er das nicht. Ich muss damit fahren und wenn ich gefahren bin, dann schaltet er das genauso runter. Krass. Die Stromversorgung von der Rolof geht auch über den Hauptakku. Genau, ich brauche jetzt keinen zusätzlichen Akku, das ist der Schöne. Der E14 hat hier erst Sinn gemacht mit den E-Wags. Es ist auch mit den E-Wags gekommen. Also ich habe einen Fully ohne Kettenschaltung. Ich habe auch nicht den typischen Schlupf, muss man sagen. Da das hier ein richtiges Getriebe ist, bin ich. Nachteil ist natürlich das Gewicht, muss man dazu sagen. Das heißt aber, ich sage mal, so ein Kranz mit allem Drum und Dran wiegt ja auch ein bisschen was. Ja, hier bin ich jetzt 800 Gramm, vielleicht 600 Gramm mehr. Da muss ich tatsächlich mal wiegen. Wir haben mal in einem anderen Video, wenn wir zwei baugleiche Fahrräder haben, gleiche Größe, dass wir wiegen, wie der Rolof mehr wiegt. Aber dafür habe ich jetzt einen Carbon-Ramp, da schweige ich wieder rein. Im Großen und Ganzen, jetzt kommt es auf den einen Kilo und hätten wir drauf an. Das ist doch das totale Sorglos-Paket. Das heißt, Verschleiß hinten habe ich eliminiert durch das Thema, oder ich sage mal ganz minimiert. Dann bleibt nur noch, was bleibt denn? Da bleibt denn die Bremsscheibe, die Bremsbeläge, Reifen. Reifen und ich glaube, in zehn Jahren haben wir auch komplett andere Bremsen. Wir haben größere Bremsbacken wahrscheinlich und die dann auch ein bisschen mehr haben. Wirbelstrombremsen haben wir dann. Mit Energierückgewinnung. Genau, kann auch sein. Du dachst jetzt aber das Thema Rückgewinnung. Aber jetzt habe ich, es ist wirklich jetzt ein Trennfahrrad. Das ist jetzt das Maximum, was in unserer Branche fast möglich ist. Mit Rohluft, vollgefedert, Fox, Carbon-Rahmen, großer Akku. Und ich habe den Verschleiß am geringsten, wie du schon gesagt hast. Und ich habe eine Ultra-Reichweite. Wenn ich da jetzt, du hast doch kompatible Akkus. Hast du so einen da, so einen kompatiblen? Jetzt nicht hier im Lager, aber haben wir auch in anderen Simplon-Videos gesehen, wenn die Leute sich das angucken wollen. Wir haben auch von E-Bike Vision, die sind auch sehr kantig. Aber wenn ich jetzt von meiner Frau irgendwo einen Akku rumliegen habe von ihrem alten Bosch-Fahrer. Wenn ich jetzt den E-Bike Vision habe, der sieht ja viel geiler aus wie der originalen Bosch-Akku. Dann sieht der gar nicht aus wie dieser typische Bosch-Akku, der schon auf dem Oma-Rad drauf war. Genau, der richtige Kolbenlopper, der geht auch da drauf. Wenn ich einen jetzt nach einem rumliegen habe, einen 400-Wattsch oder 500-Wattsch, den kann ich hier drauf machen und habe automatisch dann auch mehr Rad. Wenn ich irgendeinen Bosch-Akku habe, kann er ein bisschen älter sein. Also wenn der Akku noch in Ordnung ist, dann funktioniert das auch mit diesem System. Der lädt die auch nicht nacheinander, sondern immer der eine und dann der andere, oder? Sag ja. Ja, das ist immer, glaube ich, 10%, 10% so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wenn ich das falsch sage, schreibt es gerne in die Kontrolle. Wenn ich das Ladegerät anschließe, lädt beide Akkus? Genau, also nacheinander. 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 Also 10% das, 10% das oder 5%. Ich weiß, die Prozentsatz weiß nicht, aber dann wird es halt geladen. Die werden quasi gleichmäßig. Genauso werden die auch wieder abgefahren. Ich glaube aber, man kann in einem System, konnte man das auf jeden Fall einrüsten, welcher Akku dann zuerst leer gefahren werden soll. Aber das Batteriemanagement-System macht das eben automatisch. Was? Also wenn du das jetzt so mal als Tourenfahrrad nimmst, ja, für den Sommer, du machst mal eine Tour zum Beispiel von Saarbrücken nach Hamburg. Das würde ja gehen. Das machen ja viele. Die nehmen sich dann so einen Rucksack, packen sich das Ding, fahren an der Mosel lang, gehen in den Herbergen rein. Dann hast du mit zwei Batterien. Hast du schon ein Ding von dir, zwei Batterien? Dann habe ich auch in sieben Stunden voll. So, jetzt gibt es eine besondere Versicherung, wenn so ein Ding 11.000 Euro kostet, Wertgarantie. Das ist sehr, sehr günstig. Habe ich gegen Diebstahl geschützt. Ich habe gegen Diebstahl, Verschleiß ist drin. Wie haben die Höchstgrenzen jetzt erhöht bei Wertgarantie? Ich glaube schon. Die haben auch 15.000 oder 14.000 erhöht. Also da am besten mal fragen. Das ist sogar der Verschleiß mit drin. Das heißt also, das Ganze ist gar nicht so teuer. Und wenn ihr es haben möchtet, wir sind in Gießen heute am 23. Februar 2022, März 2022, 23. März bei Switchbike Bornemann. Ihr werdet nächstes Jahrhundert. Genau, wir werden nächstes Jahrhundert. Warum? Warum? Weil wir so gut sind. Nein. Ja, weil wir es durchgehalten haben. Also 100 Jahre. Und das Ganze macht ihr jetzt schon, glaube ich, im sechsten Jahr. Ihr habt das Geschäft übernommen. Genau, wir haben es vergrößert, modernisiert. Und ab April oben bei uns der allererste Simplon-Store weltweit. Also wenn ihr nicht wisst, was Simplon ist, geht auf die Webseite bitte von Simplon. Guckt euch das an. Alles, was da ist. Jetzt kommt was Besonderes. Im Moment Bestellstopp, schagst du? Genau, bei Simplon kann man keine Räder mehr bestellen. Aber wir haben so viele bestellt. Die Leute sollen dann zu uns kommen, wenn die keine Änderung haben wollen. Überhaupt kein Problem. Wir ändern. Wenn sie sagen, hier, das Fernlicht will ich nicht, dann schraube ich das ab. Du hast wirklich unglaublich viele bestellt. Das sieht sich aus, das sind mehrere hundert. So ist es so. Und das Ganze in Gießen. Ruf nochmal hier in Gießen. 0641 34393. 34393 in Gießen. Oder schickt eine E-Mail an info-at-switchbike.de. Demnächst vielleicht auch der Webshop. Da sagt aber der Majid, da brauchen wir noch Leute. Wenn ihr das Video seht und ihr seid webbegeistert, habt kaufmännischen Background und wollt mithelfen, diesen Webshop aufzubauen. Du suchst noch vollangestellte Mitarbeiter, die wirklich mithelfen wollen, männlich, weiblich, divers, die das machen wollen. Also wer das Video sieht und das Ganze. Die Lust auf Fahrräder haben, die Lust haben an Fahrräder rumzuschrauben oder auch die zu verkaufen oder auch den administrative Bereich jetzt im Online-Shop übernehmen wollen, um den Online-Shop aufzubauen. Alles kein Problem, können die machen. Und in 2023 wird das hundertjährige Jubiläum hier von Switchbike Bornemann in Gießen. Ihr seid wo eigentlich? In der Katharinen, das ist ja 14, mitten in der Innenstadt. Ja, neben Karstadt. Neben Karstadt. Im Karstadtpark muss auch parken. Da seid ihr innerhalb 30 Sekunden dann auch bei uns. Ja, 23. März 2022. Das ist aber auch ein Zahlendreher hier. Aber das hat, glaube ich, irgendwie der Februar, der März mit 22. Der 2. oder 22. 2. oder 22. Ich weiß noch. Danke fürs Einschaden. Ciao. Ciao.